Mobbing nicht Ajo Alter Warum muss hier so viel Zeug geben Ja das ist brutal Das ist Mobbing alter Das ist richtig Mobbing Ich glaube ich muss zweimal laufen weil mein Inventar voll ist Dann also das ganze Zeug heim bringen Nach Hause Tee nach Hause Tee nach Hause Nach Hause Ach Gott Schau dir den weißen Kaninchen Was soll ich dir mal ein echtes Kaninchen zeigen Du lass mal Okay Ich such dir später eins Oh ne hier will ich nicht leben Hier schau rückzug Wir fackeln links Wir fackeln links Nicht rechts Weil naja hier gehts auch Oh Ich komm mal im Ofen her Das ist gut Wir markieren So So Noch ein bisschen Gold Brauchen wir auch auf jeden Fall Links Links Da ist meine Kiste Eisen Oh Saphire gefunden Nice Dann gehen wir mal wieder zurück Dann gehen wir mal wieder zurück Wuhu Wuhu Letztone Dann nochmal ab Nach da unten Nach da unten Ja Ja könnten wir machen Geht es nicht damit Ich weiß es nicht Ich habe mich damit noch nicht befasst Solar Ja Jet Solar Ja genau Solar Wir brauchen nur Solar Pendeln Oh ne Blue Alloy In Gott Alter What Destiny Okay wir werden die Isolation machen Du doped Wafer An Nikolit Da machen wir wohl unseren ersten Strom oder Da läuft ein Knieper An Nikolit Da läuft ein Knieper Ich habe dich genau gehört Oh Alter Was hast du gerade gefragt was wir machen Solarzellen Ne was habe ich doch gar nichts gefragt Machen wir unseren ersten Achso dann haben wir ja dann Strom Das habe ich gesagt Nicht Boah hier gibt es einfach viel zu viele Sachen zum abfragen Das gibt es ja überhaupt nicht Ja Dann denkst du dir so Hm Brauchen wir das Ja nehmen wir mit Ja das brauchen wir noch irgendwann Kupfer Neue Kohle Ja Ach gut Eisen nehme ich jetzt mal nicht mehr mit Da habe ich jetzt mindestens zwei Stacks Das sollte ja schon für den Anfang reichen Denke ich Na ja Was heißt denn das Ding Extractor glaube ich Tukukukku Tricktor Dermond Dermond Ok genau Perfekt Creepa Wo kam der jetzt her Alter Was die Huren Kommen wir mal von hinten Ja man Ich will auch jetzt nicht sterben Ich habe so viel Zeug dabei Level 30 Ich werde ein bisschen umgucken Sehr toll Komm Kohle brauchen wir noch Kohle? Kohle braucht man immer Definitiv nein Wo habe ich denn jetzt meine Da habe ich meine Kiste Die geht viel zu weit Darüber komme ich ja nicht Komm mal wieder raus aus der Kacke So ich nehme jetzt noch ein bisschen Das hier mit Und dann mache ich mich auf den Heimweg Das ist klar Wir müssen viele 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 Äh Wie heißen sie? Dinger bauen Öfen 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 Wir haben auch genug Oder du? Ja Öfen 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 Wie nenne ich das jetzt Willi sag mir wie ich das nenne Öfen Cool Okay Okay. Jeder. Das ist er. Was ist denn hier gut? Mal ein bisschen Robby Robby. Alter. Mal auch noch was. Ja, das ist mal so ein Schlackern von so einem Viech. Oh, das fliegt Gras. What? Okay, da unten ist ja feucht. Woll. Jawoll, nein, schießt euch gegenseitig ab. Ihr sollt euch gegenseitig abschießen, Scheiß. So. So. Gut. Da ist schon wieder das nächstes Geld. Alter. Ich bin grad mal auf. Hier gibt's viel zu viel. Höhe 33. Arbeit mich so ganz langsam nach unten. Schnell. Das ist total, was hier alles gibt. Ja, Mann. Irgendwie viel, vor allem. Oh, krass. Ja. 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 Faktisch damit den Geld hoch. Nee. Stopp. So. Jetzt muss ich mich hochbauen, oder was? Ja, Sigi, Junge. Nein. Jetzt muss ich sie mitnehmen. Nein. PC-Pawroo. Vielen Dank.